Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre zahlreiche Teilnahme an unserem Webinar. Es geht um moderne Online-Reportings, Potenziale und Perspektiven mit Power BI. Mein Name ist Lukas Scharper und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Und genau, ich würde gleich erstmal so ein bisschen was erzählen zu dem Webinar heute und zu dem Rahmen. Einmal erstmal kurz vielleicht zu mir. Ich bin Lukas Scharper, ich bin seit 2020 bei der Scopus Elements, bin da jetzt Director Data Science und wir bei Scopus Elements sind innerhalb der Scopus Gruppe die Unit, die sich vor allem mit Data Science Themen auseinandersetzt. Also wir unterstützen unsere Kunden bei allem, was mit großen Datenmengen, mit modernen Analysemethoden zu tun hat. Und ich als Director Data Science habe da die Verantwortung für mehrere Projekte, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Also wir haben Dateninfrastrukturprojekte, wo wir eben Datenverarbeitungsstrecken für unsere Kunden aufsetzen. Wir haben Automatisierungsprojekte, wo wir bestehende Reportings zum Beispiel automatisieren. Und wir haben natürlich auch viele Projekte eben im Bereich Online-Reporting, wo wir auch unter anderem natürlich auch mit Power BI arbeiten. Und genau, das ist so ein bisschen mein Profil. Und zu dem Webinar lässt sich auf jeden Fall sagen, dass wir das Thema für so groß erachtet haben und es da einfach auch so viel sozusagen gibt, dass wir das in drei Webinare im Endeffekt aufgeteilt haben. Also Sie sind heute im ersten Teil einer dreiteiligen Webinar-Reihe zum Thema Power BI in der Marktforschung. Heute am ersten Termin soll es vor allem relativ high-level darum gehen, dass wir einmal quasi von oben drauf schauen und einmal schauen, okay, Power BI, was ist das überhaupt? Warum würde sich das vielleicht lohnen, sich damit auseinanderzusetzen? Also was habe ich überhaupt davon? Und auch, was muss ich irgendwie machen, haben, tun, anstoßen, um irgendwie mit Power BI in meinem Unternehmen arbeiten zu können? Also heute sind wir noch relativ, sagen, high-level unterwegs. In den nächsten beiden Sessions werden wir dann Stück für Stück weiter tiefer in die technische Materie quasi eingehen. Also in der zweiten Session, in zwei Wochen, am 29.05., da werden wir uns konkret damit auseinandersetzen, wie eigentlich am besten Befragungsdaten in Power BI dargestellt werden können, welche Formate dafür sinnvoll sind, welche Pfeilstricke es vielleicht gerade spezifisch für so Befragungsdaten gibt, die man einfach beachten muss, Power BI ist kein Tool, was von vornherein für Marktforschungsdaten gedacht ist. Man kann sie da sehr gut mit darstellen, aber man muss eben so ein paar Dinge beachten. Es gibt so ein paar Tipps und Best Practices, da wollen wir vor allem in der nächsten Session drauf eingehen. Und dann im Juni, am 11.06., in der dritten Session, haben wir noch einen kleinen Use Case vorbereitet. Das heißt, da gehen wir dann wirklich in Power BI rein und ich zeige Ihnen quasi von Anfang an mit einer Datenquelle, wie bekomme ich die in Power BI rein, wie kann ich da meine Datenverarbeitung aufsetzen und wie kann ich dann meine ersten Grafiken und Visualisierungen bauen. Also mein Ziel sozusagen für diese Webinarreihe ist wirklich, dass Sie so viel mitnehmen, dass Sie am Ende sich Power BI installieren können, dass Sie selbst irgendwie Ihre eigenen Daten da reinbekommen und dass Sie selbst irgendwie die ersten paar Darstellungen bauen und einfach mal ein bisschen ins Probieren kommen können. Sie werden aus dieser Webinarreihe nicht als absolute Power BI-Experten rausgehen, das ist einfach ein zu großer Anspruch an der Stelle, aber ich möchte Ihnen sozusagen die Basis mitgeben und natürlich auch gerade heute auch so ein bisschen den Rahmen schaffen. Warum mache ich das überhaupt und was bringt mir das? Genau, dann starten wir, würde ich sagen, mit der Session für heute. Und als allererstes geht es natürlich so ein bisschen darüber, worüber sprechen wir überhaupt, wenn wir über Online-Reporting oder im spezifischen Power BI sprechen. Vielleicht geht es Ihnen wie dem jungen Mann hier links und Sie wissen nicht so ganz genau, was das ist. Ich glaube, jeder hat eine Ahnung, was Reporting an sich ist. Es geht um irgendeine Art von Berichten und meistens liegen diesen Berichten irgendwelche Daten zugrunden. Also wir haben irgendwelche Informationen, irgendwelche Fakten, die wir in irgendeiner Art und Weise jemanden berichten wollen, sichtbar machen wollen, reporten wollen. Das ist Reporting allgemein. Aber jetzt ist ja die Frage, was ist denn dann Online-Reporting im Spezifischen? Und Sie könnten jetzt natürlich auch die berechtigte Frage stellen, zählt denn da vielleicht auch schon PowerPoint und Excel mit rein? Weil auch PowerPoint und Excel, die kennt ja jeder und das sind so die althergebrachten, sage ich mal, Reporting-Lösungen. Und auch die kann man ja mittlerweile zum Beispiel im Browser bedienen und auch im Browser teilen. Ist also das schon Online-Reporting? Und bei unserem Verständnis ist das ganz klar nicht so, sondern wir verstehen Online-Reporting sozusagen so ein bisschen als die Erweiterung von PowerPoint und Excel. PowerPoint und Excel werden immer ihren Platz haben, zumindest noch auf sehr lange Zeit. Aber was wir mit Online-Reporting eben machen können, ist in bestimmten Sachen einfach darüber hinausgehen und die Funktion zu erweitern. Und da gibt es so ein paar Sachen, die wir vor allem immer ausdefinieren als das, was Online-Reporting eigentlich ausmacht im Gegensatz zu Power BI und Excel. Und das ist das als erstes, dass wir halt in interaktiven Online-Dashboards arbeiten und eben nicht in Dateien, die irgendwie hin und her geschickt werden müssen. Sondern wir haben so einen Online-Report, wo man sich eben einloggen kann und damit auch irgendwie interagieren kann. Und das Ganze funktioniert im Browser. Das funktioniert im Browser für diejenigen, die sozusagen die Berichte am Ende aufrufen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Power BI-Report bauen, brauchen Sie selbst schon Power BI als Software. Aber Sie können das eben auch mit jemandem teilen, der die Software nicht unbedingt auf dem Rechner installiert hat. Genau. Wichtig ist auch, so ein Online-Reporting ist immer automatisch auf dem aktuellsten Stand. Also wenn Sie einen PowerPoint-Bericht haben und Sie haben dann zum Beispiel eine neue Erhebungswelle für eine Befragungsstudie, dann würden Sie ja einen neuen PowerPoint-Bericht brauchen, der dann sozusagen diese neue Welle enthält. Und die alten Daten sind dann im alten Bericht und dann haben Sie irgendwann ganz viele Berichte übereinander und es ist dann schwierig, das zu vergleichen. Im Online-Reporting im Gegensatz dazu ist es so, dass die aktuellsten Daten immer in denselben Report reingefüttert werden. Und wenn man den öffnet, sind eben die aktuellsten Daten da drin, die gerade zur Verfügung sind. Und wenn neue Daten kommen, sind die im selben Report dann auch verfügbar. Das ist ein zentraler Unterschied. Und zu guter Letzt, fast das Wichtigste, die Endnutzer, also diejenigen, die den Report sozusagen konsumieren und damit arbeiten sollen, die können auch mit dem Report interagieren. Die können also selbstständig Filter setzen, die können Darstellungen an- oder abwählen, die können Vergleiche ziehen. Sie können auch selber, wenn sie den Report erstellen, gestalten sozusagen, welche Interaktionsmöglichkeiten gibt es. Aber es gibt auf jeden Fall irgendeine Form von Interaktion für den Endnutzer in einem Online-Reporting. Und wenn es nur eine Filterung nach Unternehmenseinheiten zum Beispiel ist. Das ist so der zentrale Unterschied oder die zentralen Unterschiede zwischen Online-Reporting und so klassischen PowerPoint-Exit-Reports. Und um das zu realisieren, gibt es ganz unterschiedliche Softwarelösungen, um solche Online-Reports darzustellen. Hier mal eine Auswahl. Es gibt zum Beispiel Tableau. Das ist die Variante von Salesforce. Das ist auch eine Software, die wir bei Scopus Elements sehr gerne sehr viel benutzen. Es gibt zum Beispiel von ClickClickView. Es ist ein ähnliches Konzept. Auch damit lassen sich interaktive Online-Reports erstellen und teilen. Es gibt auch so Sachen wie Streamlit. Streamlit ist ein Open-Source-Python-Paket, was also sozusagen mit einem Programmierinterface aufgesetzt werden muss. Das Dashboard am Ende ist dann natürlich eins, wo man einfach klicken kann, wo man nicht programmieren muss. Aber im Setup ist das Ganze eben über Python. Und das ist auch Open-Source-Streamlit. Wir benutzen Streamlit auch gelegentlich ganz gerne vor allem für solche Sachen, wo man einen sehr hohen Interaktionsgrad braucht oder wo man vielleicht ungewöhnliche Sachen mit dem Report machen will. Das Streamlit ist einfach ein bisschen flexibler. Dafür ist die Einstiegshöhe deutlich höher als bei den anderen Softwarelösungen. Und dann gibt es natürlich auch den Eintrag sozusagen von Microsoft in diese Softwarelandschaft für Online-Reporting. Und das ist Microsoft Power BI. Und das ist eben auch das Tool, wo wir uns heute drauf fokussieren wollen. Einfach deswegen, weil Microsofts Power BI ist natürlich sehr weit bekannt. Es ist eben integriert in die Microsoft-Struktur. Und das macht es für viele Unternehmen sehr viel einfacher, es auch tatsächlich zu implementieren und damit zu arbeiten, als wenn Sie jetzt zum Beispiel versuchen, Tableau irgendwie in einem Unternehmen festzumachen. Jede dieser unterschiedlichen Softwarelösungen hat so ihre eigenen Vor- und Nachteile. Wir, wie gesagt, fokussieren uns hier auf Power BI. Es gibt auch nicht nur diese vier. Es gibt zum Beispiel von Google noch Data Studio. Und es gibt ganz viele auch kleinere Lösungen, mit denen man auch Online-Reports bauen kann. Aber das hier sind jetzt irgendwie so die vier, die uns am häufigsten begegnen. Genau, und wie gesagt, heute Fokus auf Power BI. Falls Sie noch nie ein Online-Reporting gesehen haben, habe ich Ihnen kurz zwei Beispielbilder irgendwie mitgebracht, damit man das einmal zeigen kann, bevor Sie sich gleich erschrecken. Das ist natürlich das erste Beispiel, was ich habe. Da werden Sie jetzt vielleicht berichtigterweise sagen, wow, das ist ja mega hässlich. Das ist so. Nicht alle Reportings müssen natürlich so hässlich aussehen, sondern was wir hier haben, ist ein Power BI Report, wie man ihn sehr, sehr schnell zusammengeklickt bekommt. Das hier ist so ein bisschen eine kleine Sneak Preview auf unsere dritte Sessions. Das ist so ein bisschen das, da möchte ich Sie hinbekommen, dass Sie das selbstständig machen können, wenn wir dann in der dritten Session unseren Use Case haben. Wir sehen hier links oben so ein klassisches Balkendiagramm, wo ein Markenfunnel dargestellt ist. Unten links sehen wir so eine Balkenverteilung von den Altersgruppen. Oben rechts sehen wir sozusagen das, was ich vorhin angesprochen habe mit so einem interaktiven Filter. Also wir sehen hier, es geht um Eismarken. Jetzt gerade schaue ich mir die Zahlen für Ben & Jerrys an und ich kann dann einfach auf Landliebe klicken oder auf Lagnese klicken. Und dann sozusagen passen sich diese einzelnen Balkendiagramme an diese entsprechenden Werte automatisch an. Und das ist halt eben dieses zentrale Element auch im Online-Reporting. Ich kann damit interagieren und ich kann auch zum Beispiel zwischen den Grafiken interagieren. Ich kann auch wie links unten eine bestimmte Altersgruppe anklicken und dann sehe ich rechts in der Karte sozusagen die Verteilung für diese Altersgruppe. Apropos Karte rechts sehen Sie auch, da haben wir einfach mal die Brand Awareness nach Bundesland dargestellt. Sowas lässt sich wirklich sehr einfach, sehr schnell mit Power BI umsetzen. Wie gesagt, das sieht jetzt ja alles noch sehr zusammengewürfelt aus. Das sind einfach auch die Standardeinstellungen mehr oder weniger für die ganzen Diagramme, ohne dass man da viel Mühe rein investiert. Aber das ist eben ein Punkt, da kommt man sehr schnell hin. Und man kommt eben sehr schnell dahin, dass man einfach seine Daten nochmal ein bisschen anders betrachten kann, ein bisschen interaktiver betrachten kann und so eben starten kann mit sowas wie Power BI. Und deswegen wollte ich Ihnen auch sowas nicht vorenthalten. Es ist aber natürlich auch so, wenn man ein bisschen mehr Zeit investiert und sich auch Gedanken darüber macht, wie man Sachen darstellt und auch so ein bisschen mit der Software vertrauter ist, dann kann man natürlich auch Reports machen, die ansprechender aussehen. Also wir haben hier jetzt zum Beispiel mal eines unserer Demo-Beispiele. Da geht es um die Voxin und Kitchen Impossible. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Dafür haben wir mal ein Dashboard gebaut. Das hier ist jetzt tatsächlich ein Tableau erstellt. Ist aber am Ende nicht wichtig. Man kann ähnliche Sachen auch in Power BI genauso umsetzen. Das hier einfach nur so als kurzes Beispiel. Man kann auch irgendwie komplexere Darstellungen bauen. Man kann farblich Sachen aufeinander abstimmen. Man kann sich Gedanken darüber machen, wie sowas aussehen soll. Dass das am Ende auch cool aussieht. Einfach nur, damit Sie auch wissen, nicht alle Power BI Reports sehen so aus. Das ist mir wichtig zu betonen. Das hier kriegen Sie aber einfach sehr schnell umgesetzt. Genau. Jetzt haben Sie alle hoffentlich so eine Idee, wovon wir hier reden. und als nächsten Punkt gehen wir so ein bisschen darauf ein, okay, jetzt weiß ich, was Power BI ist, aber was habe ich davon? Warum sollte ich mich damit überhaupt auseinandersetzen? Oder warum sollte ich das in meinem Unternehmen irgendwie vorantreiben, dass wir uns damit auseinandersetzen? Und dass Sie irgendwie in diesem Webinar sind, heißt ja schon mal, dass Sie irgendwie grundsätzlich ein Interesse für das Thema haben. Aber trotzdem macht es ja irgendwie nochmal Sinn, sich so ein bisschen gewahr zu werden, was so die Potenziale von Power BI ist. Was kann ich eigentlich damit erreichen und erzielen? Und wir haben das in drei so grobe Kategorien eingeteilt. Da gehe ich gleich drauf ein. Und hier sehen Sie jemanden, der noch nicht so überzeugt von Power BI ist. Wir werden das jetzt ändern, indem wir über die einzelnen Vorteile reden. Und der erste Vorteil, und das ist, denke ich, einer, an dem man am schnellsten auch rankommt und einer der wichtigsten ist, einfach Sie bekommen, wenn Sie mit Power BI oder mit Ihren Daten arbeiten, einfach einen tieferen Einblick in die Daten. Also Sie können einfach weiter sozusagen da reintauchen. Und warum ist das so? Naja, Sie haben zum einen die interaktiven Visualisierungen, ja, und die heißen eben, dass die Nutzer des Reports selbst filtern und vergleichen können. Ja, und Sie können eben diese unterschiedlichen Charts auch in Beziehung zueinander setzen. Und Sie können dann sehen, ah, hier, die Altersverteilung sieht interessant aus. Wie ist denn das mit der Altersgruppe? Und dann klicken Sie einfach drauf. Sie müssen nicht erst die spezifische Analyse genauso bauen und genauso in Excel vorbereiten und genauso reinziehen, sondern Sie können sehr schnell mit Ihren Daten sozusagen einfach spielen, ja, und selber was machen und alle Nutzer können diese Filter auch nutzen, wenn Sie das entsprechend einstellen, sodass man einfach einen viel tieferen Zugang zu den Daten und zu den Insights darin hat. Außerdem, wenn Sie Power BI nutzen, Sie haben einfach eine vereinfachte Kollaborationsmöglichkeit. Also wenn Sie jetzt PowerPoint-Berichte einfach nur verteilen, dann haben Sie natürlich das Ding, jeder hat seinen eigenen Bericht und dann kann man am Ende drüber reden, aber man hat wenig Möglichkeiten tatsächlich am Bericht irgendwie so richtig zu interagieren. Das ist bei Power BI einfacher. Sie können also zum Beispiel, dadurch, dass es ja auch ein Microsoft-Produkt ist, Power BI Reports sehr einfach zum Beispiel in Microsoft Teams integrieren, wenn Sie das nutzen. Und dann können die Leute über Teams darauf zugreifen und können dann in Teams in dem entsprechenden Kanal auch direkt über das Dashboard diskutieren und zum Beispiel Fragen stellen oder sagen, hey, mir ist hier dieser Punkt aufgefallen, könnt ihr euch das erklären? Wisst ihr vielleicht, wo das herkommt? Und dann kann man eben eine Diskussion entstehen lassen und so kann man gemeinsam an diesen Daten arbeiten, was natürlich auch sehr förderlich ist, um eben so ein tiefes Verständnis auch zu bekommen. Also Sie können einfach auch unterschiedliche Standpunkte, Sichtpunkte mit einbeziehen. Und der nächste Punkt, der auch sehr wichtig ist, ist die Verknüpfung von mehreren Datenquellen. Sie können in Power BI in einem Report mehrere Datenquellen integrieren und die auch verknüpfen und in Beziehung zueinander setzen. Sie können dann einstellen sozusagen, wie die miteinander zusammenhängen. Und dann können Sie eben unterschiedliche Datenquellen miteinander verknüpfen und so eben auch Analysen über diese Datenquellen hinweg fahren. Wenn Sie zum Beispiel so Fragestellungen haben, weiß ich nicht, Sie haben zum Beispiel eine Kundenzufriedenheitsstudie und Sie haben unterschiedliche Filialen und Sie wollen jetzt rausfinden, okay, die Filialen, wo meine Kunden am zufriedensten sind, sind das auch die Filialen, wo ich am meisten Umsatz mache. Und wenn Sie Ihre Umsatzdaten sozusagen mit den Kundenzufriedenheitsdaten dann einfach in Power BI verknüpfen, können Sie das direkt analysieren. Und Sie können so eine ganz neue Welt an Fragestellungen untersuchen und bearbeiten, für die Sie vorher gar keinen Zugriff hatten, wenn Sie das beides quasi in unterschiedlichen Reports haben, die nichts miteinander zu tun haben. Klar kann man dann auch mal irgendwie nach den Top 3 manuell gucken, aber es ist einfach ein ganz anderes Level, wenn Sie wirklich diese Daten miteinander verknüpfen können. Ja, oder Sie haben zum Beispiel einfach die Fragestellung, okay, ich habe unterschiedliche Services, mit welchen Services sind meine Kunden eigentlich am zufriedensten, welche Services sind die am wichtigsten und das können Sie in Beziehung darzusetzen, wie kostspielig diese Services sind. Oder sagen Sie, Sie sind ein Autobauer und Sie können dann zum Beispiel gucken, ich habe mein Automodell und ich habe eine Studie darüber, wie wichtig den Leuten einzelne Elemente sind, also zum Beispiel weiß ich nicht, wie wichtig ist es den Leuten eigentlich, dass ich ein Head-Up-Display im Auto habe, sondern haben Sie dazu einen Wert. Und jetzt können Sie aber auch einfach daneben legen, wie teuer ist es eigentlich für mich, ein Head-Up-Display zu integrieren. Und dann können Sie natürlich relativ schnell gucken, was sind eigentlich die Sachen, die ich relativ günstig machen kann, die aber einen großen Impact auf den Kunden haben. Und andersrum, wofür bezahle ich sehr viel teuer Geld, um dieses Feature in mir reinzubringen, aber die Kunden, denen ist das eigentlich relativ egal. Solche Fragestellungen einfach mit kombinierten Datenquellen zu untersuchen, ist ein extrem großes und sehr wichtiges Potenzial von Power BI. Und auch da bekommen Sie einfach nochmal einen ganz anderen Blick für Ihre Daten. Sie können natürlich auch Daten integrieren, die gar nichts mit Ihrem Unternehmen in erster Linie zu tun haben. Zum Beispiel Wetterdaten. Es gibt frei verfügbare Wetterdaten und die können Sie einfach auch in Power BI integrieren und mit Ihren eigenen Daten in Beziehung setzen. Und wenn Sie jetzt natürlich, von dem Beispiel Eis marken, dann ist natürlich relativ klar, wenn das Wetter besser ist, kaufen Sie mehr Eis. Und Sie können dann auch gucken, wie groß ist dieser Zusammenhang und wie spielt es zusammen. Oder vielleicht haben Sie Mitarbeiterzufriedenheitsstudien oder Mitarbeitendenbefragungen und wollen daraus finden, sind eigentlich meine Leute vielleicht bei sehr heißem Wetter weniger zufrieden. Wenn Sie so eine Trackingstudie haben, könnten Sie das tun. Weil für die vielleicht, vielleicht habe ich Lieferfahrer und es ist total warm und die schwitzen sich tot in den Uniformen, die sie anziehen müssen. Dann sehen Sie sozusagen diese Beziehung plötzlich zueinander und können da eben weiter tiefer einsteigen. Und das ist ein sehr großes Potenzial. Da kann man sehr viel mitmachen. Und wenn man das alles mal so ein bisschen zusammenfasst, dann können wir einfach sagen, Power BI oder eine andere Online-Reporting-Lösung kann Ihnen helfen, einfach tiefer in Ihre Daten abzutauchen und so ein bisschen die verborgenen Schätze, wenn man so will, daraus zuhören. Also Sie sehen dann, Sie können einfach mehr Insights generieren, an die Sie sonst gar nicht rankämen, wenn Sie nur mit den klassischen Methoden arbeiten würden. Das finden wir gut. Aber das ist noch nicht alles. Tiefer Blick für die Daten ist natürlich sehr, sehr wichtig, sehr, sehr gut. Es gibt aber noch mehr Vorteile, wenn Sie mit Power BI arbeiten, vor allem, wenn Sie eine entsprechende Infrastruktur auch dafür aufsetzen. Und einer dieser weiteren Vorteile ist das, was wir immer Time-to-In-Zeiten nennen. Damit meinen wir einfach, wie viel Zeit vergeht zwischen dem Entstehen einer bestimmten Information, eines bestimmten Datenpunkts bis zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Erkenntnisse daraus ziehen kann und darauf reagieren kann. Und wenn Sie jetzt natürlich eine Kundenzufriedenheitsstudie zum Beispiel haben, die nur alle sechs Monate läuft und dann gibt es alle sechs Monate einen Bericht, dann haben Sie natürlich eine sehr lange Time-to-In-Zeit, im schlechtesten Fall ein halbes Jahr. Wenn Sie aber zum Beispiel einen Power BI-Report haben, dann können Sie eben sehr viel schneller da rankommen. Warum können Sie das? Ganz einfach, Sie haben einfach eine schnellere Verfügbarkeit von Daten, weil Sie einfach händische Datenverarbeitung sparen. Das ist sehr viel einfacher, in Power BI Daten aufzubereiten. Das ist vor allem dann auch einfacher, wenn neue Daten kommen, dieselben Aufbereitungsschritte nochmal zu machen. Und so haben Sie einfach weniger Zeit, bis Sie wirklich sich mit den Daten inhaltlich auseinandersetzen können. Wenn Sie in Power BI natürlich ein bisschen Erfahrung haben. Wenn Sie damit gerade anfangen, dauert es im Zweifel ein bisschen länger, aber man kommt ja dann rein und dann hat man das auf jeden Fall. Sie haben außerdem die Möglichkeit, auch eine laufende Aktualisierung einzurichten, zum Beispiel bei Tracking-Studien. Wir haben viele Kunden, die tagtäglich ihre Kunden nach Zufriedenheit befragen und diese Daten laufen dann auch automatisiert eben neben Online-Reportings rein und können dann tagesaktuell angeschaut werden. Und das kann natürlich auch sehr wertvoll sein, wenn zum Beispiel Sachen passieren, die Sie nicht vorhergesehen haben. Wir hatten 2020 das krasseste Beispiel dafür, glaube ich, mit der Corona-Pandemie. Es war einfach so, im Januar 2020 hat sich noch niemand irgendwie mit Hygiene und mit Masken und mit Desinfektionsmitteln in seinen vier Jahren auseinandergesetzt. Ab März ungefähr 2020 war das schlagartig sehr wichtig. Und dann könnten Sie natürlich sagen, okay, jetzt muss ich eine Ad-Hoc-Studie starten, aber bis die dann losgegangen ist und quasi durchgeführt wurde und dann in Excel und PowerPoint ausberichtet wurde, da gehen ein paar Wochen bis Monate ins Land, bis Sie überhaupt die ersten Ergebnisse haben. Wenn Sie aber zum Beispiel eine laufende, tagesaktuelle Tracking-Studie haben, dann sehen Sie sofort am nächsten Tag, was gestern passiert ist. Und das kann natürlich auch sehr wertvoll sein, wenn Sie zum Beispiel diese Daten dann wiederum verknüpfen mit Ihren Locations. Und dann sehen Sie zum Beispiel auch, wenn Sie jetzt Filialen haben und Sie haben dann in einer bestimmten Filiale vielleicht ein Problem, dann sehen Sie das daran, dass eventuell die Zufriedenheit da plötzlich nach unten geht. Und dann können Sie eben genau sehen, okay, wo muss ich vielleicht mal drauf achten, wo muss ich mal irgendwie mal reinschauen, wo muss ich gucken, dass wir irgendwie ein Problem lösen. Und Sie haben einfach sehr guten und sehr aktuellen Überblick über Ihre Daten und Sie können eben sehr schnell reagieren. Und das ist natürlich wichtig, gerade heute in der schnelllebigen Welt. Es ist extrem wichtig, dass Sie einfach, wenn etwas passiert, der Markt ändert sich, irgendwas an Ihrem Angebot ändert sich oder passiert, dass Sie das eben schnell verfolgen und eben auch schnell darauf reagieren können. Und da, gerade bei so Tracking-Studien, ist ein Online-Reporting natürlich ein Riesenvorteil gegenüber irgendwelchen monatlichen Berichten, die Sie dann nacheinander analysieren müssen. Ein weiterer Punkt, der sich hier auf jeden Fall nennen lässt, ist, dass Sie Online-Reporting in den allermesssten Fällen, also bei Power BI auf jeden Fall, aber ich glaube eigentlich auch bei allen Softwaren, können Sie ein Rechte-Management da rein implementieren. Das heißt, dass Sie einstellen können für die Endnutzer des Reports, welcher Nutzer welche Daten in dem Online-Reporting sieht. Also Sie haben einen Report und dann haben Sie bestimmte Nutzer, die nur bestimmte Sachen darin sehen. Das ist natürlich zum einen irgendwie auch, was Datensicherheit und Datenschutz angeht, irgendwie ein wichtiges Feature. Zum anderen kann es aber auch auf jeden Fall dazu beitragen, dass die Leute schneller an die Insights, die für Sie wichtig sind, drankommen, weil Sie eben nur die Daten sehen, die auch tatsächlich für Sie relevant sind. Ja, also wenn Sie so einen riesen PowerPoint-Bericht haben, wo Sie dann diese ganzen Filterungen einfach untereinander irgendwie vercharten und dann haben Sie 200 Seiten da drin, weil Sie jede einzelne Filterdarstellung irgendwie untereinander hängen und schicken das irgendwie rum, dann kann es im Zweifel relativ lange dauern, bis die Leute sich darin zurechtfinden und finden, welche Daten für Sie überhaupt relevant sind. Und im Online-Report kommen Sie zum einen relativ oder kommen Sie zum einen viel schneller dahin, genau die Sachen zurechtzufüllen, die Sie brauchen. Zum anderen können Sie von vornherein steuern, wer welche Daten darin sieht und können eben sagen, dass bestimmte Leute nur die Sachen sehen, die für Sie relevant sind. Und das hilft natürlich auch, die Zeit zu verkürzen, bis Sie tatsächlich auch Insights daraus generieren. Das heißt, in Summe, um das zusammenzufassen, wenn Sie ein Online-Reporting implementieren und das auch erstmal läuft und da ist, dann haben Sie einfach eine schnellere Time-to-Insight. Sie sehen schneller Veränderungen in den Daten, in den Randgegebenheiten und Sie können schneller darauf reagieren, was natürlich auch einfach ein absoluter Vorteil sein kann. Genau, schnellere Time-to-Insight war unser zweites großes Argument. Einen habe ich aber noch. Erstmal, schnellere Time-to-Insight macht uns noch glücklicher. Wir haben tiefere Erkenntnisse und wir kommen schneller dran. Aber was wir noch haben und was meistens das beste Argument ist, wenn es darum geht, Management-Ebenen zu überzeugen, Sie haben, wenn Sie Online-Reporting nutzen und auch hier, wenn Sie es erstmal implementiert haben und etabliert haben und es läuft, dann können Sie deutlich effizientere Prozesse aufziehen. Was meine ich damit? Sie haben, wenn Sie das Online-Reporting erstmal aufgezogen haben, viel weniger manuellen Aufwand, weil Sie einfach die Datentransformationsprozesse, das hatte ich vorhin schon erwähnt, die richten Sie sozusagen einmal ein. Ich habe hier diese Datenquelle, damit muss ich diese Anpassungen machen. Ich habe diese Datenquelle, damit muss ich diese Anpassungen machen. Die beiden Datenknellen verknüpfe ich über diesen Join und dann kommen neue Daten und dann klicken Sie einfach die neuen Daten rein. Das dauert einmal ein paar Minuten während der Report arbeitet und dann sind Sie fertig. Das ist natürlich viel einfacher, als wenn Sie jetzt händisch in Excel reingehen müssen, die neuen Daten reinpflegen müssen, dann gucken, dass das irgendwie passt oder Gott bewahre, Sie haben irgendwelche komplizierten Excel-Berechnungen und der Kollege oder die Kollegin, die das ursprünglich mal eingerichtet hat, ist nicht mehr im Unternehmen. Und jetzt sitzen alle nur da und bangen und hoffen und beten, dass es einfach irgendwie funktioniert, weil niemand mehr genau nachvollziehen kann, was in diesen komplexen Excel-Rechnungen eigentlich passiert. Da haben Sie einfach auch mehr Handhabe und einen einfacheren Zugang, wenn Sie sowas in der Software wie Power BI umsetzen. Da können Sie viel einfacher nachvollziehen, was da passiert und es ist eben einfacher, sozusagen diesen Prozess weiter durchlaufen zu lassen. Darüber hinaus haben Sie auch einfach die Möglichkeit, Dinge zu automatisieren, nicht nur den Datenverarbeitungsprozess, sondern auch viele Sachen drumherum. Sie können einfach die Daten-Input-Prozesse automatisieren, wenn Sie entsprechendes Setup haben. Sie können automatisierte Qualitätskontrollen zum Beispiel einbauen oder ein Monitoring. Wenn Sie jetzt so eine Tracking-Studie haben, können Sie zum Beispiel automatisiert überwachen, ob Interviews eingehen oder ob ich vielleicht ein technisches Problem habe und da sparen Sie natürlich auch relativ viel Aufwand im Vergleich dazu, dass das jedes Mal händisch gemacht werden muss. Das ist einfach auch ein wichtiges Thema und was auch oft für unsere Kunden sehr relevant ist, es ist, wie es ist. Power BI ist cool, ich kann Power BI irgendwie tiefer Insights generieren und das geht schneller und das ist effizient, aber am Ende des Tages habe ich vielleicht einfach Leute im Unternehmen, die dann doch irgendwie einen PowerPoint-Bericht haben wollen oder einen PDF-Bericht und die wollen das vielleicht sogar noch ausdrucken. einen Marker da drin rummalen. Das gibt es, das wissen wir, das ist einfach Teil der Realität. Was Sie aber machen können, wenn Sie einen Power BI-Bericht entsprechend aufgesetzt haben und den auch so ein bisschen daraufhin ausgerichtet haben, dass der gut exportiert werden kann, dann können Sie aus dem Power BI-Bericht PowerPoint und PDF-Exporte wiederum exportieren und das können Sie automatisieren. Also wenn Sie Leute haben in Ihrem täglichen Kundenzufriedenheitstracking, in Ihrem Tracking der Mitarbeitendenzufriedenheit oder was auch immer Sie quasi umgesetzt haben, Sie haben Leute, die brauchen trotzdem dann immer noch irgendwie Ihren PDF- oder PowerPoint-Bericht, können Sie auch Routinen implementieren, die dann zum Beispiel einmal im Monat automatisch diesen Bericht exportieren mit den aktuellsten Daten und das eben per E-Mail versenden. Das heißt, selbst wenn Sie weiter irgendwie noch ein Stück weit PowerPoint mitnehmen müssen, können Sie durch Automation mit Power BI da deutlich an Aufwand sparen und einfach einen deutlich effizienteren Prozess aufsetzen. Ein weiter wichtiger Punkt, wie Power BI bei der Effizienz helfen kann, ist einfach so ein bisschen das Thema Skalierbarkeit. Wenn Sie einen, sagen wir nochmal, wir haben irgendwie so einen alten PowerPoint-Bericht der 200 Folien, ich habe irgendwie 20 Darstellungen und dann habe ich nochmal vier Filterungen und jede Filterung hat nochmal drei Kategorien und das habe ich alles einfach schön untereinander gehängt, dann habe ich natürlich einen riesen Bericht und jetzt kommt jemand und möchte noch einen zusätzlichen Filter haben. Und dann habe ich natürlich das Thema, ich muss jetzt einmal in Excel reingehen und muss dann irgendwie eine Berechnung machen und gucken, dass das irgendwie in den Daten entsprechend hinterlegt ist, die in den Charts dahinter liegen, das ist alleine schon total aufwendig und dann muss ich in PowerPoint noch jede einzelne Darstellung die ich habe für den neuen Filter irgendwie wieder darstellen. Und dann haben Sie das irgendwann gemacht und dann heißt es, ah, ich hätte aber doch die zwei Kategorien nochmal irgendwie zusammengefasst, ja okay, nochmal wieder zurück rein, alles von vorne und das ist einfach ein sehr ineffizienter Prozess, das skaliert nicht gut, wenn Sie sozusagen bestehende Berichte erweitern wollen. Dasselbe, wenn Sie neue Ansichten haben oder neue Stichproben. Neue Stichproben ist zum Beispiel, wenn Sie eine Befragung haben mit Wellen und es kommt einfach eine neue Welle. Das kann sehr viel Arbeit produzieren, wenn Sie mit Excel und PowerPoint arbeiten. In Power BI ist das einheitlich einfach. Sie haben ja hier einen Bericht, Sie laden die neuen Daten quasi einmal rein, Sie klicken einmal auf Danke, aktualisieren und dann ist es drin. Das war es im Grunde. Und auch wenn Sie zum Beispiel eine neue Filterung haben wollen, solange die Daten schon in dem Modell irgendwo drin sind, wenn Sie relativ schnell einfach neuen Filter hinzufügen auf den Report, den kann jeder sofort nutzen, Sie können auch nochmal probieren, wie der funktioniert und das ist eine Sache von zehn Minuten, wenn Sie die Daten eh schon drin haben, wenn Sie sie nicht drin haben, sondern mit den Daten erstmal arbeiten müssen, dann ist das ja wiederum deutlich einfacher, als wenn Sie in Excel sind. Ja, also Sie können mir glauben, es ist deutlich einfacher, Online-Reportings zu skalieren auf neue Fragestellungen, neue Ansichten oder neue Stichproben und auch ganz neue Datenquellen. Das ist ja in Excel sowieso komplett schwierig. Das können Sie da einfach sehr gut in eben sowas wie Power BI machen. Genau, einen weiteren Punkt haben wir noch. Das ist eine geringere Fehleranfälligkeit. Es ist einfach so, wenn Sie einen effizienten Prozess einmal aufgesetzt haben, wenn Sie entsprechende Prüfroutinen auch drin haben, vielleicht ein Monitoring drin haben und da einfach entsprechend weit sind, passieren auch nicht mehr so viele Fehler, weil Sie nur ein Stück weit das menschliche Element rausnehmen. Ja, und gerade wenn Sie sehr komplexe Excel-Rechnungen haben oder Sie haben zum Beispiel einen PowerPoint-Bericht mit 200 Seiten, das muss ja auch alles irgendwie von jemandem geprüft werden und das ist extrem schwierig und da geht schnell mal was durch und dadurch, dass Sie eben einen effizienteren Prozess im Power BI haben und da eben Automation irgendwie auch mit einen Reihen implementieren können, passieren am Ende auch weniger von diesen menschlichen Fehlern. Das Ganze geht ein bisschen besser durch. Das heißt, in Summe, Sie können einfach, wenn Sie ein Online-Reporting implementieren, wie gesagt, das ist jetzt vielleicht nicht von Anfang an so, aber wenn die Prozesse ein Stück weit etabliert sind, wenn Sie damit ein bisschen weiter fortgeschritten sind, dann haben Sie am Ende deutlich effizientere Prozesse. Wir haben das hier dargestellt, dieser Borde, Sie können quasi die im Meer verborgenen Insights dann auch viel effizienter erheben, als wenn Sie jetzt jedes Mal tauchen würden. Genau. Das sind so ein bisschen die drei großen Vorteile, Vorteilskategorien, die wir identifiziert haben. Das macht uns natürlich sehr glücklich. Es gibt natürlich je nach Einzelfall auch noch andere Sachen, die sich beschreiben lassen. Das würde jetzt aber zu weit führen, weil das dann immer auch natürlich sehr davon abhängt, wie Ihr konkreter Use Case vielleicht ist, was Sie genau machen, welche Art von Daten Sie darstellen wollen. Da kann es natürlich für bestimmte Sachen nochmal weitere Vorteile geben. Wir haben jetzt so ein bisschen die Sachen rausgesucht, wo wir sagen, das sind einfach allgemein Sachen, die jeder mit Power BI eigentlich erreichen kann und teilweise auch relativ schnell erreichen kann und teilweise, weil es ein bisschen weiter drin ist, aber es geht irgendwie alles und es ist irgendwie für alle zugänglich. Das sind so die drei Dinge. Aber ich will natürlich jetzt nicht nur die ganzen Sachen so stehen lassen, sondern was natürlich als Anschlussfrage da total wichtig ist und was ich auch nicht unter den Tisch fallen lassen will, ist, was brauche ich eigentlich dafür. Also wenn ich jetzt Power BI in meinem Unternehmen implementieren will und damit irgendwie arbeiten will, dann muss ich ja irgendwie gucken, okay, was brauche ich dafür, was für Ressourcen muss ich irgendwie zurückstellen, kann ich das überhaupt einfach so machen, kriege ich meine Sachen da rein und da wollten wir einfach so ein bisschen auch nochmal auf die Voraussetzungen eingehen und also auf die, ich sag mal, Dinge, die Sie im Unternehmen verändern müssen, um damit zu arbeiten und das teilen wir wiederum in zwei Kategorien. Zum einen gibt es Grundvoraussetzungen, also es gibt einfach Sachen, die müssen Sie haben, sonst können Sie mit Power BI nicht arbeiten und zum anderen gibt es das, was wir Multiplikatoren nennen. Das sind Sachen, die müssen Sie nicht haben, die müssen Sie nicht von Anfang an haben, müssen Sie auch nie haben, aber das sind Sachen, die extrem helfen, um die Vorteile und Potenziale von Power BI zu heben. Das ist die zweite Kategorie, da reden wir gleich, aber erstmal geht es um die Grundvoraussetzungen. Ja, ich will mit Power BI einfach mal was machen, was ausprobieren, was brauche ich. Sie brauchen zum einen Software Lizenz, relativ klar, wenn Sie in Power BI arbeiten wollen, Sie müssen Power BI runterladen, Sie müssen es installieren. Tatsächlich gibt es bei Power BI eine Free Lizenz, also Sie müssen erstmal gar nichts bezahlen, Sie können die Software einfach runterladen und installieren und Sie können dann auch Ihre Daten da reinladen und einen kompletten Bericht erstellen. Wenn Sie aber diesen Bericht mit irgendjemandem teilen wollen, was natürlich relativ essentiell ist, dann brauchen Sie eben eine entsprechende Lizenz. Das Gute ist, möglicherweise ist diese Lizenz schon in Ihrem Office 365 Paket enthalten. Ich will jetzt nicht auf die Details eingehen, was wann wo enthalten ist, das ist leider bei Microsoft ein bisschen unübersichtlich und würde an dieser Stelle den Rahmen sprengen, aber einfach, dass Sie sich das merken, Sie können sich Power BI einfach runterladen und mal selber ein bisschen rumprobieren. Wenn Sie es aber irgendwie teilen wollen, brauchen Sie eine Pro Lizenz und das ist wichtig, auch diejenigen Personen, die den Report konsumieren wollen, brauchen eine Pro Lizenz. Wenn Sie die Pro Lizenz nicht eh schon irgendwie über ein Microsoft Paket haben, dann kostet die 9,40 Euro aktuell pro Monat. Es gibt dann, wenn Sie sehr, sehr viele Nutzer haben, also ab, ich sag mal, ein paar hundert aufwärts, gibt es ganz andere Lizenzmodelle. Da brauchen Sie dann nicht mehr für jeden irgendwie 9,40 Euro im Monat. Ich würde jetzt aber, wie gesagt, hier jetzt nicht groß irgendwie einsteigen. Was mir nur wichtig ist zu sagen, Sie müssen nicht erstmal irgendwie tausende von Euros in die Hand nehmen, um sich Power BI mal anzugucken und zu gucken, ob das was für Sie ist. So, jetzt haben Sie Ihre Software Lizenz. Was brauchen Sie noch unbedingt, um irgendwie loszulegen? Naja, Sie brauchen irgendjemanden, der das bedient. Ja, also wir nennen das quasi einen Creator. Sie brauchen irgendjemanden, der Power BI nimmt und anfängt, Daten da reinzuladen und einen Bericht zu erstellen und diesen Bericht dann auch wiederum nach außen zu tragen. Also Sie brauchen eine Person. Diese Person muss natürlich auch Zeit dafür haben und sie muss Willen damit dafür haben, sich damit auseinanderzusetzen. Sie können natürlich von Externen sozusagen Leute holen. Sie können entweder jemanden einstellen, der schon Erfahrung damit hat oder Sie können auch auf Ihren Power BI, Experten, Dienstleister Ihres Vertrauens irgendwie zugehen und dann, wir machen das auch für einige Kunden, dass wir zum Beispiel komplette Reports für die erstellen, weil sie einfach selbst die Ressource oder die Zeit nicht haben, um das zu tun und dann noch nicht haben. Das ist alles möglich oder Sie nehmen halt jemanden im Unternehmen selbst, der sich sozusagen da reinarbeitet. Die Person muss dann aber halt ein bisschen Zeit und ein bisschen Sitzfleisch mitbringen, weil das gehört zur Wahrheit dazu, Power BI ist zwar von den Online-Reporting-Lösungen glaube ich, einer der zugänglichsten, aber es ist nicht so, dass Sie es einfach irgendwie runterladen, öffnen und dann wissen Sie sofort, was Sache ist und können direkt die Reports bauen. Und man muss sich ein bisschen einarbeiten. Also da muss man wirklich sich mal reindenken, man muss sich reindenken, wie das funktioniert, wie das aufgebaut ist, um dann eben auch einen Bericht bauen zu können. Und wo ich Sie darum bitten möchte, wenn Sie sich selbstständig mal mit Power BI auseinandersetzen, was ich grundsätzlich empfehlen kann, lassen Sie sich da nicht zu schnell frustrieren. Also wir haben das schon oft erlebt, dass Kunden sich Power BI installiert haben, da reingegangen sind und irgendwie Ihre bestehenden Daten einfach mal reingeladen haben und dann wollten Sie eine bestimmte Darstellung bauen und es hat irgendwie nicht so richtig funktioniert und die Darstellung sah irgendwie nicht so aus, wie Sie es wollten und dann in den Untermenüs hat man die Einstellung nicht so richtig gefunden und dann haben Sie es hingeworfen. Oft mit der Aussage, naja, unsere Daten kriegen wir da ja gar nicht rein. Da ist mir wichtig zu betonen, Sie kriegen so ziemlich alles irgendwie da rein. Manche Sachen sind aufwendiger, manche sind einfacher. Wichtig ist aber gerade am Anfang, dass man sich da nicht zu schnell frustrieren lässt. Man muss ein bisschen in die Denke reinkommen, man muss sich ein bisschen einarbeiten. Für so allgemeine Sachen gibt es da sehr gute Online-Ressourcen auch. Also wenn es darum geht, wie bestimmte Kalkulationen funktionieren oder wie Sie überhaupt Power BI öffnen und was Sie da machen, da gibt es auch online kostenlos Sachen, die man da sehr gut angucken kann. Wenn es natürlich spezifischer wird für einen bestimmten Use Case, macht es da schon Sinn, eher was zielgerichtetes zu organisieren, wenn man sich da weiterbilden will. Aber wie gesagt, gerade für die Basics kommt man da sehr gut an Ressourcen. Man muss halt Zeit und ein bisschen Motivation bringen, sonst wird das nichts. Also zusammengefasst, Sie brauchen eine Lizenz für Power BI und Sie brauchen jemanden, der bereit ist, sie zu bedienen und sich auch da reinzuarbeiten, wie man die bedient. So, und damit können Sie schon relativ weit kommen. Also wenn Sie einfach jemanden im Unternehmen haben, der ein bisschen Zeit da reinsteckt und eine Lizenz, dann könnte diese Person schon einfach mal irgendwie bestehende Daten ausberichten oder Analysen, die sie schon haben, nehmen, kann hier ein Power BI laden, kann schon mal irgendwie die ersten Filterungen Filterungen einbauen und kann vor allem diesen ersten Vorteil, den tieferen Blick für die Daten tatsächlich relativ schnell bekommen. Sie kommen relativ schnell dahin, dass Sie einfach mal ein paar Darstellungen bauen, die interaktiv sind und mal ein paar Sachen gegenüberstellen, die Sie in den klassischen PowerPoint-Berichten nie gegenüberstellen konnten. Das ist irgendwie auch so ein bisschen mein Ziel für diese Webinar-Reihe, dass Sie am Ende quasi an diesem Punkt sind, sodass Sie am Ende so weit sind, dass Sie selbstständig Power BI irgendwie so weit bedienen können, dass Sie mal Ihre Daten da reinladen und ein bisschen dann auch umspielen können. Das ist so der Basic Case, damit kommen Sie natürlich noch nicht zu super effizienten Prozessen und auch die Time-to-In-Zeit ist wahrscheinlich erst mal ein bisschen länger, wenn Sie sich einarbeiten, aber trotzdem kommen Sie damit schon mal ganz gut rein. Genau, es gibt ja, das habe ich eben angesprochen, neben den Grundvoraussetzungen noch Multiplikatoren. Da gehen wir als nächstes drauf ein. Einmal ein Stück Wasser nehmen, eine Sekunde. Entschuldigung, so, Multiplikatoren. Multiplikatoren habe ich eben schon gesagt, sind einfach Dinge, die Sie gar nicht unbedingt brauchen, die auch nicht von Anfang an auf jeden Fall da sein müssen, die aber langfristig helfen, um eben das meiste aus Power BI oder einer anderen Online-Reporting-Lösung rauszuholen, um eben die Vorteile und die Potenziale auch vollständig heben zu können. Der erste dieser Multiplikationen ist, der Multiplikatoren ist der Stakeholder-Supporter. Es ist einfach sehr viel einfacher, wenn in Ihrem Unternehmen die Leute bereit sind, sich mit Power BI auseinanderzusetzen, wenn die Leute bereit sind, auch einen neuen Bericht sozusagen anzunehmen und sich mal kurz irgendwie da reinzudenken, wie der funktioniert und was man eigentlich damit machen kann und was die Vorteile sind. Es hilft auch tatsächlich, das merken wir oft, gerade bei großen Konzernen, ist es so, wenn Sie unterschiedliche Datenquellen analysieren wollen, wir hatten eben das Beispiel von Umsatzdaten und Kundenzufriedenheitsdaten, vielleicht liegen die Umsatzdaten in einer ganz anderen Abteilung und die will Ihnen die aus irgendeinem Grund vielleicht gar nicht zur Verfügung stellen und da gibt es oft Sachen, das ist oft sehr viel komplexer und auch ein wichtiger Teil in so einem Prozess und da hilft es einfach, wenn die Leute in den entsprechenden Abteilungen an Bord sind oder wenn sie zum Beispiel Management-Support haben, um da einfach irgendwie weiterzukommen. So ein Stakeholder-Support, der macht es natürlich deutlich einfacher, wirklich Online-Reporting auch tiefgreifend zu implementieren und da alles irgendwie mit reinzunehmen. Das ist aber, glaube ich, ja irgendwie auch bei allem so, was man versucht, im Unternehmen zu erreichen. Es ist einfacher, wenn die Leute mithelfen und nicht blockieren. Das Gute am Stakeholder-Support ist, den kann man auch gewinnen. Also der muss nicht von Anfang an dabei sein, sondern Sie können die Leute auch nach und nach überzeugen. Sie können erst mal ein paar einfache Reports bauen, mit denen Sie dann auch darstellen können, was eigentlich die Vorteile davon sind und das können Sie dann zu den Leuten wiederum hinbringen und Sie können dann damit quasi auch Leute überzeugen, die vielleicht erst mal ein bisschen skeptisch sind und erst mal irgendwie sagen, nee, ich will meinen PowerPoint-Report und nichts anderes. Wir können dann quasi erst mal anfangen und die Leute eben einfach abholen. Dann bekommen Sie den Stakeholder-Support auch langfristig. Der zweite Multiplikator, den wir rausgeschrieben haben, ist das Thema Data-Strategy. Das ist erst mal ein großes Wort. Ich habe da drunter zwei Sachen so ein bisschen zusammengefasst. Das eine ist eine entsprechende Dateninfrastruktur. Also Sie brauchen die nicht unbedingt. Sie kriegen eigentlich alle Daten, ob das jetzt Excel-Dateien, CSV-Dateien, irgendein JSON-Import von Ihrem bestehenden System, was auch immer Sie irgendwie an Daten haben, Sie kriegen die irgendwie in Power BI rein. Es hilft aber natürlich und das macht es natürlich deutlich einfacher, wenn Sie eine vernünftige Dateninfrastruktur haben. Sowas wie eine Datenbank, wo diese Daten drin liegen oder sogar ein Data-Warehouse, wo dann auch schon unterschiedliche Datenquellen drin aufbereitet sind, die man eben einfach reinziehen kann. Das macht es natürlich deutlich einfacher und effizienter, dann auch in Power BI diese Sachen gegenüberzustellen. Wie gesagt, brauchen Sie nicht unbedingt. Hilft aber enorm. Auch sowas wie ein abgestimmtes allgemeines Datenformat kann extrem hilfreich sein. Vielleicht haben Sie ganz viele unterschiedliche Studien, die dann teilweise auch von unterschiedlichen Dienstleistern gemacht wurden und teilweise intern und alle von diesen Daten liegen in einem ganz unterschiedlichen Format vor. Dann ist es natürlich extrem schwierig, beziehungsweise nicht unbedingt schwierig, aber aufwendig, das alles wieder zusammenzuhängen und in einem gemeinsamen Report analysieren zu können. Einfacher ist es, wenn Sie ein abgestimmtes Datenformat haben und alle Ihre unterschiedlichen Daten liegen in diesem Format, aber dann können Sie die Sachen sehr viel schneller integrieren und Sie können, wenn Sie eine Datenstrategie in Ihrem Unternehmen haben, auch einfach zum Beispiel zu den Dienstleistern gehen und sagen, hey, für diese Studie, ich möchte die Daten bitte am Ende in diesem Format haben. Also das können Sie von vornherein so moderieren und dann können Sie die Sachen dementsprechend auch integrieren und dann tun Sie sich da deutlich leichter. Das ist einfach etwas, was sehr viel mehr Effizienz heben kann und auch die Prozesse beschleunigen kann und wo Sie vielleicht auch noch an mehr Daten dran kommen. Das zweite Thema unter Data Strategy, was da so ein bisschen drin ist, ist tatsächlich der sozusagen Strategie. Also wenn Sie einfach eine Idee haben, wo Sie auch hin möchten mit dem Online Reporting, was so Ihr Ziel ist, was Sie erreichen wollen, auch was Ihre Position und die Position Ihrer Reports im Unternehmen ist, was Sie damit machen wollen, welche Ziele Sie haben, was vielleicht die wichtigsten Dinge sind, die Sie zuerst umsetzen sollen. Das kann natürlich extrem helfen, auch Sachen zu priorisieren und es hilft natürlich auch vielleicht dabei, den Stakeholder Support entsprechend zu generieren. Ich habe das eben angesprochen, wenn Sie einfach sehr wichtige Reports schon mal umheben und daran die Vorteile zählen können, dann ist es einfacher, weitere Sachen anzuschließen und damit eben einfach weiterzumachen. Das heißt, es hilft, wenn Sie einfach eine Strategie und ein Ziel haben. Auch da brauchen Sie nicht. Sie können auch einfach erstmal loslegen und gucken, was passiert. Aber es kann eben sehr hilfreich sein, gerade langfristig, um das wirklich weit zu geben, zu implementieren. Der dritte Punkt, den wir hier noch mit drin haben und der letzte Punkt ist eben das Expertenwissen. Es ist einfach so, ich habe das schon gesagt, man kann die einfachen Sachen in Power BI sehr schnell lernen, auch die allgemeinen Sachen. Da gibt es dann auch Online-Sachen von. Wenn man aber wirklich in tiefer greifende Analysen einsteigen will, dann hilft es einfach, wenn man jemanden hat, auf den man zugreifen kann, der sich damit auskennt. Jemand, der auch Erfahrung damit hat. Und spätestens, wenn Sie irgendwann ganz viele Reports gebaut haben und es geht dann um komplexere Fragestellungen, wie die Performance von den Reports sind nicht so gut und das lädt alles so lange, wie kann ich eigentlich Daten so gestalten, dass die Performance gut funktioniert, dann sind Sie natürlich an einem Punkt, wo es einfach sehr sinnvoll sein kann, auf jemanden zuzugreifen, der tiefgreifendes Verständnis und sehr viel Erfahrung davon hat und auch viele unterschiedliche Sachen schon gesehen hat. So jemanden können Sie sich natürlich ins Unternehmen reinholen oder Sie gehen halt auf externe Experten, die Power BI-Experten Ihres Vertrauens zu und holen sich da Unterstützung. Das ist auch was, was wir so häufig für Kunden machen in unterschiedlichen Levels. Also es gibt Kunden, für die wir ein komplettes Online-Reporting mit Datenverarbeitung und Datenbankinfrastruktur und so weiter übernehmen. Es gibt aber auch Kunden, die das alles eigentlich größtenteils selbstständig machen und wir unterstützen dann nur über zum Beispiel einzelne Workshops, wir unterstützen dann vielleicht dabei, wie so eine Data-Strategy aussehen könnte oder wir unterstützen vielleicht auch einfach nur dabei, es geht vielleicht einfach nur darum, dass die Leute uns entsprechend auf der Kurzweil haben, wenn sie ihren eigenen Power-Boy-BI-Report bauen und dann irgendwo stecken bleiben und dann so, diese eine Darstellung funktioniert nicht, diese eine Auswertung funktioniert irgendwie nicht, ich weiß nicht genau wieso, ist alles irgendwie ein bisschen komplexer als gedacht, dann rufen sie uns an und wir gucken halt in einem spezifischen Fall, wo das Problem ist und wie man da weiterkommt, ja auch das ist möglich. Auch hier, sie brauchen das nicht, ja, sie können einfach sich Power-BI runterladen und irgendwie loslegen, es hilft aber natürlich, gerade wenn sie auch langfristig denken und die Sachen effizient aufziehen wollen und irgendwie auch überlegen wollen, wie komme ich denn zu einer Data-Strategy und wie muss die aussehen und wie kriege ich den Stakeholder-Support und wie kann ich das Maximale rausnehmen, dann hilft es auch einfach, wenn sie Experten mit an Bord haben, die ihnen dann entsprechend unterstützen können. Nochmal an der Stelle die Betonung, sprechen sie uns da gerne an, wir können sie da gerne unterstützen, aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Genau, das sind die drei Multiplikatoren, auch hier, ich habe es öfter gesagt, ich will es nochmal betonen, sie brauchen nichts davon, also nichts davon brauchen sie, um einfach mal irgendwie zu starten, alles davon ist aber extrem hilfreich, wenn sie langfristig weitermachen wollen und wenn sie eben auch die maximalen Dinge rausholen wollen. Damit sind wir jetzt schon so langsam am Ende des Input-Teils. Ich danke Ihnen auf jeden Fall schon mal für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie ein bisschen dabei geblieben sind. Ich würde einmal nochmal kurz darauf aufmerksam machen, das war jetzt die erste von den drei Sessions, Sie sehen hier rechts auch nochmal den QR-Code, wenn Sie sich für die folgenden beiden Sessions noch anmelden wollen, wie eben schon gesagt, wir werden in den nächsten beiden Sessions noch deutlich mehr in die technischen Details einsteigen, könnte man sagen. Jetzt waren wir ja sehr high-level, sehr, sehr strukturmäßig unterwegs und in den nächsten zwei Sessions gehen wir wirklich ans Eingemachte, könnte man sagen. Nächste Session am 29.15 Uhr, da werden wir uns damit auseinandersetzen, wie man Befragungsdaten einfach in Power BI am besten darstellt, was Best Practices sind und wie das am besten aussieht und dann am 11.06. werden wir die TMO haben, wo wir wirklich einfach mal Daten hernehmen, die gemeinsam in Power BI laden, die gemeinsam irgendwie verarbeiten und gemeinsam auch die ersten Darstellungen bauen.